Hallo Leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von BOLALE 2 und ja herzlich willkommen ich muss sagen ich muss mir den headset aufnehmen wegen ein Grund gestern Abend ist mir den Ständer zum Mikro rosa gefahren und ist kaputt gegangen ja dann kann ich mir einfach in den Müll verschmeißen was passiert ich bin kurz aufgestanden er war irgendwie nicht so stabil der Boden war stabil aber einmal wieder konnte er runter fliegen da habe ich in der Situation fast runter geflogen und diesmal ist wirklich das passiert so und jetzt äh was müssen wir hier machen wer denn ok dem hä wieso muss ich da hin ok so mal sehen wie soll ich da hin auch latschen wie soll ich da hin das haut mich schön oder was wie war das denn ich glaube ich ja eigentlich habe ich die steuerung vergessen ah also also so sehr also letzter Zeit wir werden sehr viel rum machen an diesen Nebenmissionen weil sie übertrieben viel ist nicht wie ein paar folgen und das was aber aber immer weil ihr seid immer mehr am Ende des Spielers das gibt ja geben die euch mehr Missionen rein ja ich wir haben glaube zwei oder drei Hauptmissionen durchgespielt und dafür du kleiner du du musst dich auch nicht mehr helden alle jo ich liebe diese charakter und diese schrotti schrotti siehst ihr bumm ja und ich werde für solche Dinge muni wir haben nicht so viel muni ich habe noch kein Pech so hier ist mir mein Mikro oh Junge ich kann ich will was erzählen ich kann einfach nicht diese Bastarde du musst nur noch warte schnauze oh schnauze schnauze warte warte ich habe was entdeckt e4 jol jol ja klar habe ich genau das wollte ich Slack oh nice ja toll ja toll ja toll toll das war echt super gelaufen so wie wollte ich machen sowas wollte ich erzählen ich habe keine ahnung mehr wenn diese paar dinge diese psychopaten hat konnte ich jetzt habe ich vergessen was wollte ich erzählen ja wir haben sehr viele Emissionen wir sammeln wir haben ein bisschen Geld Geld ja 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 mann jetzt ist gut alter irgendwie heute ganz gut kommentieren ja ey das schießt ab diese ding ohne scheiß da ich fang ernst alter ich könnte es nicht kaputt machen lol hallo mach das kaputt mach das kaputt mach das kaputt das nicht oder was ich lasse nicht ja endlich jo lol ja jetzt endlich geht das wer muss das machen und ja endlich geht das meine Güte so jetzt gehen wir weiter und in Eiszeitzeit Eiszeitzeit geil wir können so hat es automatisch gespeichert gut mui das brauchen wir hab ich was zuviel lol einfach lol so fucking starke waffe 200 woher hat die fucking waffe habe ich das ist viel stärker als mein lol alter würde mich verarschen wie 16 level 2 schaden ist abartig abartig lol sag ich euch das kommentar das habe ich schon das schwach schwach das nicht alter 200 schaden sogar meine schneiden mag so viel schaden und die pistol über 200 schaden was ist das für shit meine güte 200 ja wirklich 200 schaden meister macht gar nicht 200 schaden und die ist die so den meisten schaden machen lol normalerweise bekomme ich wieder irgendwie level 50 oder so oder 70er wenn ich bin 200 schaden aber jetzt schon lol sag ich euch lol dann machen wir die bazooka weg schau mal die pistol wie sieht die aus alter ohne scheiß woher habe ich den pistol das macht die 200 schon die arena heute ok wieso du jetzt theoretisch einfach sein wie alles geplant jetzt runter hier helleschön ich bin da genau hier ja stimmt muss ich irgendwo nach oben gehen da das was ist und das aktivieren zur runde Loll Danke Der ist tot Ich brauche mein Begleit, sonst Oh, warte, warte Loll Mann, ich Sag mir, ich hab kein Muni gekauft, bleib mich ich würde man kaufen ok ist das alles oder okay nicht sind noch jetzt haben wir noch zwei also wir sind so eine zweite wähle und ich hab dich erkleidet möchte gehen ich gehe nicht ich gehe 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 wo hinterpacken was von hinten niemals gib euch ach sei der ist der baby doch du was habe ich gemacht was habe ich stärker du bist duocker richtig da 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 daneben und ist dort ha ha ja toll ist oben ich habe nicht gekauft das habe ich gut auch nie habe ich kein muni ja überlebt habe ich ja ich bin alle merke ich jetzt gerade meine roboter ist weg einfach nur so so ist es richtig sehr kritische treffer mit kritischer war so kritisch sogar heißt beim für mich kopfschuss bewegt dich nicht so tüte aber die mit kritik kom 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 gibt die jawohl wo ja gott sei dank habe ich mich mein leben gerettet kill jemanden mein roboter das verrecke ich will dich verrecken das muss ich noch mal fick dich ganz ehrlich fick dich ich leute 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 ha 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 toll habe ich wieder recht so leute das war's für meine erste niederlage mal sehen in der nächsten folge bis nächste mal tüße und vergesse nicht mehr werden ciao